Willkommen zum Epoch Times Podcast Nr. 876 mit dem Thema Finanzministerium überlegt einmalige Vermögensabgabe wegen Corona Ein Artikel vom 24. August 2021 Das Bundesfinanzministerium debattiert eine einmalige Vermögensabgabe. Der wissenschaftliche Beirat des Hauses warnt davor, eine teilweise Vermögensenteignung würde das Vertrauen der Bürger und Unternehmer nachhaltig beschädigen. Eine einmalige Vermögensabgabe zur Finanzierung der Corona-Schulden ist offenbar Thema im Bundesfinanzministerium und dessen wissenschaftlicher Beirat warnt davor. Eine solche Abgabe würde erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, weil sie das Vertrauen von Sparern und Investoren erschüttert, schreiben die Ökonomen in einem unveröffentlichten Gutachten, über das das Handelsblatt berichtet. Deutschlands über Jahrzehnte erarbeiteter Ruf als sicherer Investitionsstandort werde durch eine einmalige Lastenabgabe unnötig schnell und dauerhaft zerstört. Würde die Politik dennoch eine einmalige Abgabe einführen, käme diese teilweise Vermögensenteignung völlig überraschend. Konnten Bürger und Unternehmen bisher auf Eigentumsgarantien und das langfristig gewachsene Steuersystem vertrauen, müssten sie nun davon ausgehen, dass bei jeder künftigen Finanzklemme der Staat erneut auf die Vermögensbestände zugreifen wird, heißt es in dem Gutachten. Bürger und Unternehmen würden weniger Sparen und Vermögen in andere Länder abwandern. Linke und SPD für einmalige Abgabe Im aktuellen Wahlkampf fordert die Linkspartei eine Vermögensabgabe. Aber auch SPD-Chefin Saskia Esken hatte sich in der Vergangenheit gegenüber der Idee offen gezeigt. Ebenso hatten einige Ökonomen in Anlehnung an den Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg eine einmalige Vermögensabgabe ins Spiel gebracht. Doch schon der Lastenausgleich nach dem Krieg sei ein steueradministratives Monster gewesen, schreibt der Wissenschaftliche Beirat. Anders als die junge Bundesrepublik sei Deutschland heute zudem höchst kreditwürdig und könnte die Corona-Krise problemlos über die Kapitalmärkte finanzieren. Bis Brot ich ess, des Lied ich sing. In Zeiten von Twitter und Facebook hat diese Redewendung aus der Zeit der Minnesänger neu an Bedeutung gewonnen. Bis Brot ich ess, des Lied ich sing, bedeutet in der Medienwelt, dass Zeitungen die Interessen derer vertreten, die sie bezahlen. In Deutschland sind dies meist Parteien, Werbekunden oder Stiftungen einflussreicher Geldgeber. Die Epoch Times ist frei von allen solchen Einflüssen und steht allein in der Verantwortung derer, die sie finanziert, nämlich Ihnen, unseren Lesern. Die Epoch Times bietet Ihnen einen investigativen Journalismus, der Tatsachen aufdeckt und sich nicht von einer Agenda oder politischen Korrektheit einschränken lässt. Wenn auch Ihnen wirklich unabhängige und unzensierte Informationen wichtig sind, dann finden Sie diese in der neuen Wochenzeitung der Epoch Times. Zum Preis von nur einer Tasse Kaffee erhalten Sie nachhaltige Geistesnahrung für eine ganze Woche. Bestellen Sie die Epoch Times jetzt gratis drei Wochen lang zum Kennenlernen und lesen Sie den Unterschied.